Wisst ihr was wir erstmal machen? Wir bewerten unser Weekend League Team. 18 Siege sind es geworden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hatte gedacht, nach der 20er Bombe wird es ein maximal 16 Siege-Ding und die Leute werden sagen, ja die 20 Siege sind vom Himmel gefallen. Aber Chat plus 1, ich konnte meine Leistung bestätigen. Das war wieder eine sehr, sehr stabile Weekend League. Ich bin echt sehr, sehr zufrieden. Wir haben zweimal knapp verloren, wieder echt gutes FIFA gespielt. Ich kann mit den 18 Siegen sehr, sehr gut leben. Und lustigerweise den Gegner, der mir die zweite Niederlage zugeführt hat, der hat 20-0 letzte Woche geholt. Und ich habe drei Spiele später nochmal gegen den gezockt und den dann 4-0 auseinandergenommen. Das ist halt auch so typisch FIFA. Das eine Spiel verlierst du 3-1, eine Stunde später nimmst du den 4-0 auseinander. Naja. Also, Thema Team, weil das aktuell viele interessiert, wie ich spiele. By the way, muss man nochmal sagen, ich rede hier so übers 18-2, als wäre das so ganz okay. Junge, wir dürfen hier nicht anfangen, das zu normalisieren, dass ich 18 Siege hole. Hätte es die Weekend League letzte Woche nicht gegeben, wäre das hier mein eingestellter Weekend League Rekord. Ähm, Taktiken, Ingame. Ich habe eigentlich zu 90% 4-3-2-1 gespielt. Ähm, nicht geändert im Vergleich zum letzten Mal. Ausgeglichen 60-60, schneller Aufbau, läuft in die Spitze. Ähm, dann Ingame. Reus links, Ronaldo rechts, äh, Ronaldo Mitte, Talischka rechts, Rosiala, Gustavo, Bellingham im Zentrum. Ronaldo hat zentralorientieren Abwürger laufen, vorne bleiben. Reus hat genau die gleiche Anweisung. Talischka, defensive stärken, Bellingham hinten bleiben, Mitte abdecken. Gustavo hinten bleiben, Mitte abdecken. Rosiala nach vorne orientieren, Flügel abdecken. Außenverteidiger und Innenverteidiger alle hinten bleiben. Durch die Taktik, ihr kennt das, stehen wir defensiv im 4-4-2. Also, wir fangen mal an im Tor. Dudek, muss ich sagen, ich habe ihn schon mal gespielt vorher. Ich fand ihn aber nicht so geil. Ich fand Dudek halt for real, diese Weaker liegt nicht so gut. Der hatte ein paar komische Momente drin. Ich würde hier tatsächlich nur mit einer 3-plus gehen. Also, ich fand ihn nicht gut. 3-plus war nicht sch***, aber war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, Dudek, du warst ja so geil. Reus James, sag ich euch ehrlich, anfangs mit Shadow gespielt, war gar nicht meins. Und dann habe ich Anker draufgehauen. Und mit Anker war der echt stabil. Mit Anker kriegt er von mir eine glatte 2. Glatte 2 für Reus James mit Anker. War echt geil. Ähm, ich habe das nach 10 Spielen gesagt. Hat sich die ganze Weekly nicht bestätigt. Für mich glaube ich, der beste Innenverteidiger, den ich bis jetzt gespielt habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Mir fällt jetzt in der jüngeren Vergangenheit nichts besseres ein. Also, Ferdinand war letzte Woche krass. Die waren schon sehr strong, aber Delift ist nochmal ein anderes Level für mich. Also, Delift 1-plus mit Sternchen, bester IV im Spiel für mich. Der hat alles. Der hat Peste, Dribbling, Physis, Körper, Tempo, verteidigen. 1-plus mit Sternchen für Delift. Da lohnt es sich sogar, über anderthalb Millionen für den auszugeben. Der ist ja wirklich teuer. Ich glaube, der liegt so bei 1,7, 1,8 Millionen. Ich würde es halt sogar ehrlich für den zahlen. Und das habe ich am Anfang nicht kommen sehen. Ruben Diaz. Würde ich auch eine gute Note geben. Den fand ich auch übertrieben sick. Ähnlich wie Delift, aber so einen Tacken schlechter. Ich würde bei Ruben Diaz mit einer glatten 1 gehen. Delift 1-plus, Ruben Diaz glatte 1. War schon ein sehr geiles Partnership. Dann gebe ich tatsächlich nochmal eine 1-plus. Ähm, und das Alfonso Davis. Ich schwöre es euch, der hat jeden 2-kampf gewonnen. Er war so gut. So krasses Tempo. So gute Zweikämpfe. Geiles Dribbling. 5-star Skills auf seinem Tots. 4-stelle Week. Super Pässe. Ausdauer top. Alles top. 1-plus für Alfonso Davis. Ich finde ihn tatsächlich defensiv besser als Roberto Carlos Trophy Titans. Offensiv. Maul. Finde ich aber, ähm, Roberto Carlos besser. Offensiv Roberto Carlos besser. Defensiv Davis. Luis Gustavo. Ich sag euch ehrlich, unfassbar nice Karte. 4-free. Gebe ich eine glatte 2. Ich glaube, ich gebe sogar eine 2-plus, weil der ist 4-free echt sick. Richtig guter Sechser. Gute Passwerte. Gute Tempowerte. Defensiv übertrieben stark. Ich gebe sogar eine 2-plus, weil die ist halt legit umsonst, Alter. Der ist echt stark. Also ihr bekommt halt wirklich echt einen guten bulligen Sechser, der aber trotzdem Fußball spielen kann. Und der ist so zweikampfstark. Ich finde ihn übertrieben nice. Bellingham. Was soll ich euch erzählen? Das ist ein absolutes Brett, Bellingham. Ich sag nur eine Sache und das ist mein einziger Kritikpunkt. Und das ist wirklich der einzige. Ich persönlich habe das Upgrade zum Team of the Year nicht so krass gemerkt. Aber das war vielleicht auch mein eigener Fehler, weil ich halt den Totti Bellingham gespielt habe und mir gedacht habe, jetzt muss der Totti kommen. Der muss noch viel besser sein. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber er ist halt trotzdem einer der besten Achter im Spiel. Ich kann dir nichts anderes als eine glatte 1 geben, Alter. Der hat alles auseinandergenommen. Der war halt schon sick, ne? Du hast halt wirklich ein Komplettpaket, vor allem jetzt auch noch mit 5 Sternen Weakwood. Du hast die perfekten Arbeitsraten für die 8. Du hast 99 Ausdauer. Hier ist alles über 90. Ihr könnt die Karte selber sehen, Alter. Also das ist... Müll einmal der Woche. Glatte 4. Ich finde den nicht gut. Also vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, wenn ich den auf der 10 spiele. Aber auf der 8 war da eine Enttäuschung. Ich fand sein Zweikampfverhalten okay, aber ich fand sein Dribbling hat sich niemals wie 98 angefühlt. Seine Pässe waren okay und sein Schuss war eine absolute Vollkatastrophe. Ich hab... Der hat 4 Sterne schwacher Fuß. Der hat so häufig mit dem... Aufs leere Tor mit dem linken Fuß geschossen. Ans Tor vorbei gekullert. Ähm... Ich fand den wirklich... Ich fand den nicht geil, Alter. Also ich hoffe einfach, dass ich mal auf... Den auf der 10 spielen kann, da eines Besseren belehrt werde. Aber auf der 8 gebe ich dem eine 4. Also für den 2 Millionen auszugeben, für die 8, bitte nicht machen. Fand den echt nicht geil. Offensive. Talischka. Ey! Geile Karte. Macht Bock. Ich, ähm... Fand den nicht so geil, wie erwartet. Dieses High-End-Lean-Player-Model ist ganz geil. Also sehr geil. Ich find, das Tempo kann er nicht ganz umsetzen. Ich find, man merkt 86 Sprintgeschwindigkeit. Ansonsten ist das Dribbling geil. Der Schuss ist stabil. Die Pässe sind gut. Ähm... Er ist eine geile Karte und er macht Bock. Aber mehr nicht. Also es ist jetzt nicht... Wow, wow. Er hat alles auseinandergenommen. Ich würde mit einer glatten 2 gehen. Ich fand den gut. Der hat Bock gemacht. Der war nice. Marco Reus. Von mir gibt es eine glatte 1. Ich find, der hat so Spaß gemacht. So eine geile Karte, Alter. Glatte 1 für mich. Marco Reus. Übel nice der SPC. Wenn ihr mit dem Player-Model, mit dem Spielertypen klarkommt... Junge, er macht so Bock. Er hat einen unfassbar kranken Longshot. Einen unfassbar kranken Curbshot. Er hat ein richtig geiles Tempo. 5 Sterne Weakfoot. Geiles Dribbling. Super kranke Pässe. Ich kann nämlich nichts anderes als eine glatte 1 geben. Ich find den richtig, richtig geil. Also die Scorer sind natürlich auch sehr stabil, muss man sagen. Ich glaub, bei Talyshka sehen die auch nicht so schlecht aus. Talyshka, glaub ich, sogar mehr Scorer. Ist ja krank, wie manchmal dann die selektive Wahrnehmung reinschallert, ne? Talyshka sogar mehr Scorer. Aber ich fand Reus halt trotzdem irgendwie besser, muss ich sagen. Ähm... Aber kommen wir zu dem, auf den ihr wartet. Rucksack der Woche 1 plus mit Sternchen. Der Bruder hat 98 Scorer in 38 Spielen gemacht. Was soll ich euch erzählen? Der Typ im Sturm mit Architekt. Gute Nacht. Es gibt für mich keinen Kritikpunkt, außer den Preis und dass er halt sch*** zu linken ist in der Saudi-League. Aber an sich ist es eine 1 plus mit Sternchen und ein übel geiler Stürmer. Also der fühlt sich für mich wirklich an wie eine Ronaldo Team of the Year Karte aus den letzten Jahren. Unfassbar geile Karte. Das Dribbling ist übertrieben nice. Abschluss ist übertrieben krass. Kopfbälle sind unfair. Tempo mit Architekt lengthy. Richtig geil. Was ich mir halt vorstellen kann, wo Leute mit Probleme kriegen könnten, weil das musste ich am Anfang auch... Ich finde, Ronaldo ist halt kein Stürmer, den du in eine Schublade stecken kannst. Weil jetzt auch viele reinschreiben, findest du den besser als Kane? Das kann ich gar nicht beantworten. Er ist weder so ein Brockenstürmer wie Haaland oder Kane, sag ich jetzt mal. Also dieses, was du dir unter Prototypen lengthy vorstellst. Er ist aber auch kein übertrieben beweglicher Stürmer, wie zum Beispiel, keine Ahnung... Ähm, wen kann man da mal als Beispiel nehmen? Beweglicher Stürmer, sag mal irgendeinen. Keine Ahnung, wenn du jetzt Messi im Sturm spielen würdest. I don't know. Oder Mbappé. Oder Rashford. Der ist halt so ein... Der ist halt ein eigenes Paar Schuhe. Er ist nicht der allerschnellste. Er ist nicht der allerbeweglichste. Aber es ist halt immer noch CR7. Der Abschluss, der Schuss, die Kopfbälle, das knallt halt komplett rein. Dieser eigene Laufstil, diese eigene Laufanimation. Ähm, er hat halt wirklich dieses Unique Player Model und das fühlst du in jeder Sekunde. Ähm, ich gebe eine 1 plus mit Sternchen. Ein übertrieben geiler Stürmer. Einziger Kritikpunkt, ich finde ihn viel zu teuer. Also ich habe 9 Millionen bezahlt. Ich glaube, der ist auf 6 gesunken. Ich finde ihn halt viel zu teuer, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, ich würde realistisch gesehen für den Spieler maximal 3,5, 4 Millionen zahlen. Ich finde halt andere Spieler preis-leistungsmäßig halt viel, 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 viel besser. Und würde da halt nicht 7 Millionen rein senken. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ansonsten kann ich noch sagen, äh, Diaby hat als Einwechselspieler einen sehr geilen Eindruck gemacht. Auch wenn er kein Tor hatte. Aber Dribbling-Tempo sehr krass. Nkunku war sehr geil. Spiele wahrscheinlich nächste Woche. War ein nicest Team. All in all würde ich dem Team, lass ich mir überlegen, wen fand ich nicht so geil. Dudek und Musiala. Ich würde auch hier trotzdem eine 1- geben.